Ja, wir werden das wieder schön machen, keine Angst. Jetzt bauen wir hier erstmal ab. Und in der Zeit erzähle ich mal irgendwas von meiner Kindheit. Nein, keine Ahnung. Ich warte hier einfach mal kurz, bis es fertig ist. Müsste ja theoretisch jetzt fertig sein. Und jetzt bauen wir hier wieder Gras drauf. Wenn wir ein bisschen Dreck hätten. Hier nehmen wir Dreck draus. Dann nehmen wir aber das hier nicht mit. Diamanten brauchen wir jetzt zwei Stück, die nehmen wir schon mal mit. Und bauen wir den Dreck da. Dann pflanzen wir hier einfach wieder hin. Und zack. Haben wir denn hier. Räumen wir nochmal ein. Und das hier lagen wir noch ein. Das bleibt. Jetzt gehen wir erstmal ins zack zack Haus. Jo, die Körbisse gedeihen schön vor sich hin. Da hinten ist ein Kwieper, den wollen wir jetzt aber nicht. Und wir. Na, zwei Weed haben wir nur. Sonst würde ich die gerade mal füttern. Aber da sind eh noch kleine, oder? Ne, die sind alle groß, okay. Dann können wir sie ja theoretisch doch mal füttern. Wenn wir halt Weed hätten. Und ich hab keine Lust, das abzubauen. Und ich seh schon, die Form im Spiel gerade in der letzten Zeit ein bisschen verrückt. Da muss ich gleich mal kurz die Pause machen. Aber eigentlich wollte ich jetzt, die hätte ich gar nicht gebraucht. Bücher. Ich brauch ein Buch. Erstmal gehen wir schlafen. So, zack. Schlaf, Kindchen, schlaf. Deine Mutter ist ein Schaf. Dein Vater ist ein Trampeltier. Das kleine Arme mag ich dafür. Schlaf, Kindchen, schlaf. Ach, schon mal los, okay. So, zack. Ja. Ähm, Buch. Ich brauch ein Buch. Die waren da hinten doch, oder? Dann gehen wir mal. Oh, Kwieper. Ja. Und Spinnis. Zack. Sehr schön. Unglaublich. Perfekt aber auch hier. Alles total perfekt ausgemessen. So. Noch irgendwo eine Spinne oder so. Die aufs Maul will. Hm. Sieht nicht so aus. Aber ein Pfeil, den nehmen wir mal nicht mit. Weil und so. Aber die hier nehmen wir nicht mit. Aber die hier nehmen wir nicht mit. Okay. Akt machen können wir eigentlich mitnehmen. So. Buch. Haben wir ein Buch hier. Ähm, Bücherregale haben wir. Ja, das weiß ich, aber. Dann. Na, Quatsch. Haben wir. Da. Dann bauen wir uns einfach mal ein Buch. Wie ging das? So, macht man die hier und aus denen kann man so ein Buch machen? Jawohl. Dann machen wir halt mal aus dem. So, so, so. Und so, so. Machen wir uns ein Enchantment Table. Archivement Get. Enchanter. Und theoretisch brauchen wir noch ein Cobblestone, zwei Stück, besser gesagt. Da könnten wir uns auch mal ein, wie ging das? So. Und jetzt bauen wir uns erstmal ein, die anderen zwei behalten wir. Und holen wir mal hier hinten in die Kiste. Und jetzt bauen wir uns erstmal hier eine schöne Hütte oder was weiß ich, irgendein neues Haus, wo wir da uns dann drum kümmern, um die ganzen Sachen da mit den Bücherregalen und alles. Jetzt brauchen wir erstmal einen Platz. Aber theoretisch können wir auch irgendwie ein anderes verwenden. Zum Beispiel die Burg, oder was das sein soll. Hm. Wir können eigentlich alles verwenden damit, ne? Jetzt ist die Frage, wo und wie? Und warum? Ups, jawohl. Unglaublich. Aus Netherburg am besten, weißt du? Und, nee, oder? Wollen wir aus Netherburg bauen? Sehr bestimmt geil aus. Lass mich mal überlegen. Also, ich meine, wir könnten auch da unten machen, oder so. Das ist, ja. Man, nee, wir bauen einfach ein neues Haus. Ja, wir haben hier so viel Fläche, wir bauen einfach so viele Häuser hier hin. Das glaubt ihr gar nicht. Sind das unterschiedliche Holzteile? Das ist das und das ist das. Das ist genau das Gleiche. Den nehmen wir schon mal mit. Das wird auch das Gleiche sein. Ich glaube, den Unterschied erkennt man hier auch schon, wenn. Naja, dann machen wir einfach da mit. Ähm, wir bauen mal hier ganz frech dahin. So, den bauen wir. Ähm, Moment. Oh, wir haben das Spinnenauge dabei. Das ist ja mal appetitlich. Zack. So. Wir bauen das jetzt hier einfach mal. Wie hoch? So hoch. Zack, zack. Zack. Und au. Und jetzt. Zack, zack, zack. Ich muss mal kurz konzentrieren. Eins, drei, vier, fünf. Sechs. Sieben. Acht. Jetzt bauen wir wieder hier. Und genau das Gleiche nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Ähm, ich muss mal die Höhe hier so testen. Habe ich mir nicht gemerkt. Wie hoch? Ich glaube, fünf. Ja. Zack. Zack. Ähm, Holz. Naja. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, die eine Wand haben wir. Jetzt geht es nochmal genau nach da. Mit den gleichen Maßen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das. Au. Machen wir mal so. Weil so kann man immer, wenn man einen Zweierunterschied hat, gleich automatisch hier bauen. Das ist dann immer schön. Also wenn ihr wisst, was ich meine hier. Zack, 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 zack. Ich schätze mal, ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich es dumm erklärt habe. Weil das, was ich dir erklärt habe, hat eigentlich gar nichts damit zu tun, wie man es machen kann. Oder? Ach, keine Ahnung. Und weiter bauen wir hier einfach mal. So. So, 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 so. Äh. So. Und jetzt tut es hier wieder weh. Oder warte mal, können wir einfach so machen. Und so. Oh ja, das ist natürlich schön mit dem Gras, aber das brauchen wir nicht. Und machen wir mal so wieder das Gras weg. Machen wir ein bisschen Gras. Meine Fresse. Machen wir nochmal hier. Zack, zack, zack. So, 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 so. Also, ich glaube, das wäre besser gewesen mit, ähm, mit irgendwie Höllen, Höllenstein-Dinger da. Diese Nether Bricks. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier. Okay, aber dann wäre das halt irgendwie, ja, ich weiß nicht. Davon haben wir erstens zu wenig. Und zweitens machen wir es nicht nur aus Holz. Da kommt noch mehr. Das wird jetzt hier nicht nur ein einfaches Haus. Das werde ich noch mehr auskleiden. Keine Angst, aber, huch. Ja, ich habe natürlich viele Äxte dabei. Dann muss ich es mal so weit machen. Und, ja, erstmal mache ich hier den Grundriss mit Holz. Das seht ihr dann schon. So, tete. Und wieder mit dem Schwert hacken wir hier die Scheiße weg. Bei manchmal Framerate-Spackern. Mann, die letzte Aufnahme lief eigentlich saugut. Was ist denn da passiert? Ach so, shit, ich bin zu weit. Ähm, so. Höhe ist perfekt. Und weiter geht es hiermit. Zack. Machen wir mal so schon mal. Eins, zwei, drei, vier. Na, vier. Zack. Und hier. So, so, so. Ach, zette. Was ist denn da los? Holz alle. So, so, so. Und jetzt noch diese Reihe hier komplett. Dann müssten wir eigentlich fertig sein. Ja, oder man baut es so. Und dann sehen wir gleich mal, was wir daraus machen. Okay, dann irgendwo in der Mitte fehlt jetzt auch noch so ein Holzstamm. Besser gesagt, da muss irgendwo ein Holzstamm hin. Hier. Was ist denn hier los? Das darf ja mal nicht wahr sein. Meine Fresse. Kurzes Standbild gehabt. Huch. Zack. Und weiter geht's. Und wir holen uns mal kurz neues Holz, denn das wird, oder warte mal, die Zehnholz können wir auch noch zu dem machen. Aua. Wie ist es denn dann? Wenn wir einfach mal so machen, dann reicht das doch noch. Hoffe ich zumindest. Ja. Ach so. Dam, 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 dam. Ja, den Boden machen wir natürlich dann noch anders. Und wo ist denn genau die Mitte? Moment mal kurz. Wir machen auf Short, vielleicht geht aber nicht vorhin weit besser. Nee. Mach keine Ahnung. Ähm, hier müsste die Mitte sein, ne? Machen wir mal so einen Punkt. Zack. Den kleiden wir erstmal mit Kobbel aus. Erstmal nur, damit ich weiß, wie die Mitte ist. Jetzt muss ich wissen, wie ich hier rauskomme. Ja. Wie komme ich hier raus? Warum machen wir eine Tür hin? Hier machen wir eine Tür hin. Ups, Salah. Ich hoffe, das ist jetzt nur in Richtung des Feldes. Ja. Und hier machen wir eine Tür hin. Machen wir eine Doppeltür über beiden Seiten. Das seht ihr gleich. Moment. Ach so, ich könnte ja theoretisch zack, 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 zack machen. Dann haben wir hier auch mal schön ein Drafting Table. Und dann machen wir mal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 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 So. Es wird dunkel. Was ist denn da los? Zack. Zack. Fackeln haben wir noch eine dabei. Das bringt uns gerade nicht. Oh, warte mal. Zack. Und eine hier hin und die andere nach da. Ich weiß nicht, womit man am besten Holz abbaut. Ich glaube, das geht hiermit genauso schnell, als wenn man das Schwert nimmt. Dann machen wir einfach mal ohne. Und ja, kann man so anbieten, ne? Jetzt gehen wir erstmal kurz schlafen. Beziehungsweise haben wir hier noch Holz. Ja. Nehmen wir mal mit. Vorsicht selber, falls wir noch brauchen. Und jetzt gehen wir erstmal schön schlafen da hinten. Ja, dann müssen wir gleich noch Fackeln machen, auf jeden Fall. Dann muss ich mich dran. Wow, was ist denn da los, ey? Was ist da los? Also, der dann. Ich habe mich kurz gekratzt, dass da bin ich so komisch gelaufen. Jetzt mache ich mal kurz. Oh, ein Zombie. Hoffentlich ist der da draußen. Den kommen wir jetzt noch killen. Oh, oh, oh. Das sehe ich nicht. Schade. Ich glaube, hier unten hatten wir noch Kohle. Wir hatten doch hier eine Truhe, oder? Vielleicht haben wir noch andere Sachen. Ah, Kohle. Also, ich muss gleich mal mit Pause wegen der Feuerwehr machen. Die nehmen wir mal komplett mit. Clay können wir auch mitnehmen. Trapdoor brauchen wir eigentlich nicht. Und hier schließen wir mal schön zu. Und hier hat der Kumpel Dennis, und da hinten hat der andere Dennis gebaut. Warte mal kurz, bis gleich. Und ich bin wieder zurück. So, ich hoffe, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt mit der Feuerwehr. Ich habe mal was anderes gemacht. Ne. Naja, keine Ahnung. Eigentlich geht es ja nie unter 20 eigentlich. Außer eben einmal. Egal. Zack. Ich habe nicht keinen Bock einzusperren wieder. Und wir kriegen für dich EP-Kügelchen. Dann nehmen wir sie mal einfach mit. Und, ja, was ich eben machen wollte, habe ich jetzt schon vergessen. Ich glaube, Kohle habe ich mitgenommen für Fackeln. Okay. Wir fressen mal kurz hier das Brot. Und dann sind wir wieder satt. Und können jetzt hier mal schön... Haben wir Stickies? Ach so, können wir ja leicht machen. Aber haben wir noch welche? Nein, schau. Dann machen wir mal hier... Nein. Ja, mit Dreck kann man schöne Stickies machen. Das sind dann Dreckstickies. Und die sind für gar nichts nützlich. So, machen wir Fackeln. Und zack, zack und zack so. Lagern wir mal ein, 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 lagern wir mal ein. Das auch. Den einen auch, das auch, das auch. Und jetzt haben wir dann die Dinger... Ja, gut, haben wir mitgebracht. Um den Boden und alles werden wir uns später kümmern. Was für ein... Warte mal. Ja, wunderbar. Also... Moment, bitte. Und... ...